Die Jagdbomber werden von der deutschen Flak-Artillerie immer wieder auf das schwerste bedrängt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Diese Maschine brennt und ist Sekunden später nur noch ein qualmender Trümmerhaufen. In der Nähe der Flak-Stellung ist ein feindlicher Jagdbomber notgelandet. Der Pilot wird von unseren Kanonieren gefangen genommen. Das Geschützrohr wird mit einem weiteren Abschussring versehen.